. . . . . . Hey, ich produziere 100.000 Fests, mein Gott. Sicher finde ich es euch. Hey, aber Roli, jetzt will ich etwas anderes. Was hast du eigentlich am Film gesagt? Hey, ich habe mir gesagt, schwing dir dein Fettler, Jens Wallis. Und sonst treibt er den Rind um, Bühre abgissen. Ja, was soll ich sagen? Das Open Agamplis auf dem Olymp? Wir bringen die toten Hosen zurück ins Wallis, holen einen Filmpreis nach dem anderen und werden jetzt gerade wieder auf der Titelseite des Wallis erboten. Ja, hallo. Ich kriege eine Flacuzi. Dann haben wir noch eine Nachricht. Ja, Olli, hier ist der Campino von den Hosen. Du, mit Gampel 2017, das wird jetzt leider doch nichts für mich, weil da hat der FC Liverpool ein Spiel angesetzt. Aber das ist kein Problem. Ich habe so einen Double, so einen Campino-Doppelgänger. Der könnte für mich einspringen. Ihr müsst ihn treffen. Der heißt Helmut. Also, sorry nochmals und gutes Festival euch. Entschuldigung, ja? Entschuldigung. Die Jungs und ich wussten, jetzt müssen wir raus aus den Badhosen und das Ding selbst in der Hand nehmen. Wir sind auf dem schnellsten Weg nach Düsseldorf, um dieses Double zu treffen. Eigentlich finde ich es schon voll scheisse. Wir werden doch zuerst in Europa geporkommen. Wer kriegt hier Sauerkraut? Ja, weisst du, die Weiber haben keine Sauerkraut. Das macht stark und potent. Das ist der Sauerkraut. Wer ist der Sauerkraut? Wer ist der Sauerkraut? Ich hoffe nicht, dass der Sauerkraut ist. Ich habe schon etwas von ihm angehört. Ich habe schon etwas von ihm angehört. Ich bin Heimuth. Ich bin Heimuth. Und ich bin Heimuth. Ich bin Heimuth. Ich habe den Kontakt mit dem Campino. Ich bin Heimuth. Ja, es sieht ja recht an einem für uns nicht. Also, wann ist denn dieses Festival? Romy, was ist denn mit ihm? Du kannst den besten Hochdeutsch von uns. Was mit ihm? Der seht doch überhaupt nicht uns, der Campino. Also, etwas steigt hier. Am Sürich kann es doch nicht sein. Der ist verdammt gut. Das ist für die Europapark. Herbert, bist du schon... Ich heiße Helmut. Helm-Mut. Helm-Mut. Ähm, bist du dann schon lange ein Double-Fuck? Ja zu Jungs, ich bin seitlich und die sind knapp, also... Bussevertrauen. Uli, tu doch mal Teuge auf. Was hast du denn zusammengelassen? Das ist doch ein fucking Junkie. Komm, Fritz Stutz, was will man denn überhaupt? Will man ein Festival in Gompel oder in der Käse? Wie müssen wir das mit dem durchziehen? Wir haben gar keine andere Wahl. Wir stecken den zum Friseur und dann kommt das schon gut. Das Kompel ist in der Halle gelaufen. Ah. Ich meine... Ja. Schau selbst. Scheisse. Ich hab dir doch gesagt, der Timo aus dem Bullen. Sag Uli, ansiedscht der Helmut jetzt gleich rein oder du bist dicker. Hör zu Uli, du machst ihn jetzt kalt. Du hast mir die Scheisse eingebrockt. Ich meinst nicht wieder. Habt ihr mir ein Geld mit dabei? Ohne. Was für der Röhung bei Borg? Ach du Scheisse! Hey, wo ist er denn jetzt? Guten Tag, die Herren. Hat jemand von Ihnen vielleicht einen Mann gesehen, der so ein bisschen aussieht wie der alte Til Schweiger? Ich hab ja genau gesehen. Er sieht nicht uns in der Campine. Äh... Wieso? Ich stehe die Fragen. Ist das Ihr Rucksack? Ich wusste genau. Entweder decken wir jetzt diesen Helmut oder mit Kompelzei 17 wird's nichts. Ja, das ist mein Rucksack. Ja, das ist mein Rucksack. Hier wollen Sie nicht drangehen. Uh... An Zentrale, deiner bei der Bertha-Straße. Fünf Verdächtige sprechen gebrochen Deutsch, scheint eine rumänische Shiba-Banne zu sein. Bitte um Verstärkung. Verstanden. Ja, nein, hey, wir sind Walliser. Korrigiere, sechs Verdächtige. Ab und zu muss man halt auch ein Opfer bringen. Für das Best Festival ever, und zwar worldwide. Also bitte, kauft jetzt einen verdammten Scheiss-Sicken, sodass wir die Kultionen zahlen können. Aber, zwei Pizzas, Prosciutto und ein paar Fropen. Ich habe es schon von Anfang an gesagt, wir hätten zuerst in Europa gebraucht. Geheil. Das ist ein Rundersprung. Was ist ein Rundersprung? Ja, das ist ein Rundersprung.